Einmal am Tag Zähne putzen? Soll das wirklich reichen? Und brauche ich dafür so eine Zahnbürste? Die Fragen und was es sonst noch dazu sagen gibt, erzähle ich dir in diesem Video. Jeder von uns hat das in seinem Leben eingebläut bekommen. Putz deine Zähne und putz sie mindestens zwei oder dreimal täglich. Und jetzt komme ich und sage, einmal am Tag reicht? Das kann doch nicht passen. Noch mehr staunen wirst du, je nachdem wie alt du bist, wenn ich dir sage, vergesst den Satz, putz deine Zähne. Ich sage dir, putz dein Zahnfleisch. Was ich damit meine, zeige ich dir auch. Wir kennen alle den Spruch, einmal ist keinmal. Aber einmal richtig ist besser als dreimal falsch. Deswegen einmal richtig. Und wie richtig es geht, zeige ich dir. Einmal richtig langt. Natürlich kommt es auf deine Essgewohnheiten, deine Ernährungsgewohnheiten an. Wie viele Zwischenmahlzeiten nimmst du zu dir? Wenn du da ein bisschen schwach bist, dann ist zwischendurch sicherlich auch mal eine Bürste ganz sinnvoll. Wenn du aber das nicht allzu oft machst, dann bist du mit einem Mal Zähneputzen oder Zahnfleischputzen gut aufgestellt. So, worum geht es? Du brauchst eine Zahnbürste, nicht diese. Wir empfehlen grundsätzlich, nimm eine elektrische Zahnbürste. Ob das jetzt eine Oral-B oder eine Sonicare oder eine Emident ist, was dir gefällt, nimm es. Nimm es und benutze es. Und wenn du es benutzt, mach es richtig. Was meine ich mit richtig? Ich zeige dir das an diesem Modell und mit dieser Bürste. Wenn wir über Zähneputzen reden, dann setzen wir die Bürste irgendwie auf und das geschieht unbewusst und ganz automatisch. Ab jetzt bitte setzt du die Bürste ganz bewusst auf und zwar im Unterkiefer schräg nach unten, sodass die Borsten Richtung Zahnfleisch zeigen und dadurch in die Zahnzwischenräume und in die Zahnfleischfurche hineinkommen und du damit alle Beläge entfernst. Im Oberkiefer machst du das genau umgekehrt. Die Borsten gehen bitte nach oben. Und im Mund machst du das Gleiche. Im Oberkiefer die Bürste nach oben halten, im Unterkiefer nach innen schräg halten. Und wichtig, bei den Frontzähnen, auch da denken wir nicht drüber nach, ab sofort. Nicht die Bürste so quer, damit kriegst du die Beläge nicht entfernt. Du hältst bitte die Bürste senkrecht. Und ein Geheimnis, wenn du im Unterkiefer die Bürste senkrecht hältst, hast du viel weniger Zahnstein. Im Oberkiefer hältst du die Bürste bitte senkrecht nach oben. Und wenn du so deine Zähne einmal außen und innen mit der richtigen Bürstenhaltung geputzt hast, dann langt einmal am Tag Zähneputzen. Es kommt noch was. Also ganz so schnell bist du nicht fertig. Eine ganz wichtige Information sind Zahnseide und Zahnzwischenraumbürste. Einmal, dass man sie benutzt und dass du sie benutzt. Und zum Zweiten, dass du sie zum richtigen Zeitpunkt benutzt. Darauf kommt es ganz entscheidend an. Wenn du Zahnseide benutzt oder Zwischenraumbürste, du machst das bitte vor dem Zähneputzen. Warum? Wenn du mit der Zahnseide oder der Zwischenraumbürste in die Zwischenräume gegangen bist, hast du die Ablagerungen entfernt. Und wenn jetzt die Zahnbürste mit Zahncreme kommt, kann die Zahncreme hineinschäumen und kann zusätzlich den Zahnschmelz versiegeln und gesunden. Machst du das mit der Zwischenraumbürste hinterher, dann sind die Zahnzwischenräume noch mit Schmutz gefüllt und die Zahncreme kann gar nicht wirken. Jetzt noch die Frage, wann soll ich morgens, soll ich abends? Wenn du den Tag über gegessen hast, ist es sicherlich besser, du putzt abends gründlich die Zähne. Wenn du aber mal abends zu müde bist, auch kein Beinbruch, dann putzt du sie bitte morgens dafür umso gründlicher. Du kannst auch, wenn du sie abends gründlich geputzt hast und brauchst morgens nochmal einen kurzen Clean-up, kannst du natürlich deine Zähne putzen. Aber dieses Einmalputzen, wirklich mit genügend Zeit und mit der richtigen Technik, reicht aus. Zusammengefasst, wenn du anfängst, du fängst an mit der Zahnseide, wenn du jünger bist und deine Zahnzwischenräume noch nicht so frei sind, oder mit der Zahnzwischenraumbürste, da bitte mit der richtigen Größe, wenn du das gemacht hast, dann nimmst du die Zahnbürste. Auf jeden Fall bitte eine Schallzahnbürste, auf jeden Fall eine Ultraschallzahnbürste, weil du hast einen wesentlich besseren Reinigungseffekt, als wenn du das von Hand machst. Du kommst mit einer elektrischen Zahnbürste einfach besser an alle Stellen hin. Und wenn du das gemacht hast und möchtest noch zusätzlich für dein Gesundheitsempfinden etwas tun, du kannst eine Mundspüllösung nehmen, aber zwingend notwendig ist sie nicht. Der letzte Satz, ab sofort gilt für dich, putz dein Zahnfleisch. Weil wenn du die Bürste auf der Stelle aufsetzt, hast du sowohl das Zahnfleisch als auch die Zahnzwischenräume super, super gereinigt. Und ich kann dir versprechen, du hast keine Probleme mit Parodontitis und du hast keine Probleme mit Karies. Also, stell deine Technik um und mach es gründlich. Viel Spaß!